Herzlich willkommen beim aktuellen Wetter um die Mittagszeit. Hoher Luftdruck macht es heute möglich, dass wir in den Genuss von viel, viel Sonnenschein kommen. Restliche Nebelfelder sollten sich noch lichten. Allerdings mischt schon bald wieder ein Tief im Wettergeschehen mit. Es saust vom Baltikum herunter und bringt uns ab morgen wieder mal einen Märzwinter. Es beginnt zu schneien. Von der Niederschlagsprognose her kann man es mitverfolgen. Das Niederschlagsfeld schaut zwar harmlos aus, aber es tankt sich immer mehr auf, je näher es Richtung Österreich kommt. Und wenn wir uns die Prognosekarte für den morgigen Tag im Detail anschauen, kann man gleich einmal sehen, dass es ziemlich trüb sein wird. Von Vorarlberg bis ins Nordburgenland. In den Vormittagsstunden kann es durchaus auch sein, dass im Wiener Raum und im Nordburgenland die Schneeflocken bis herunterkommen. Der lebhafte Wind wird die Temperaturen dämpfen. Wir erwarten Morgentageshöchstwerte nur zwischen 0 und maximal plus 8 Grad in den südlichen Landesteilen. Schauen wir gleich weiter. Wie geht es im 15-Tage-Trend weiter? Ja, von der Temperaturkurve her legen wir ein kurzes Zick-Zack ein. Wintereinbruch morgen am Dienstag. Am Freitag wird es dann sehr, sehr mild. Frühling ist angesagt. Danach allerdings wieder eher unterdurchschnittliche Temperaturen. Und mehr zum Thema Märzwinter gegen 14 Uhr in heute Mittag. Bis dann, ich freue mich. Wie geht es im Ughat? pressen. Vielen Dank.